Ballermann-Radio, hallo! Hallo Ballermann-Radio, da spricht der Peter! Äh, wackel? Ne, nicht der Wackel, der Peter Pikowski! Ich wackel nicht, ich schacke! Was? Du machst was? Ne, hier, schaken, vibrieren, voll grübi, weißt du? Schaken, also quasi doch gewackelt. Peter, was kann ich für dich tun? Ich will Ballermann-Star werden! Peter, der Ballermann-Star. Peter, äh, gibt's denn schon einen großen Hit von dir? Na, na klar! Doch, genau hin! So, ich sing's doch mal vor! Jetzt hab ich Angst! Ich hab nen Bimmel auf dem Kopf, ich bin ein Einhorn! Danke, Peter, danke, danke! Warte mal, ich bin noch nicht fertig, ich hab nen Bimmel auf dem Kopf! Vielleicht, äh, gehst du doch noch ein kleines bisschen üben? Also auch ein bisschen mehr? Sehr viel üben vielleicht? Was ist das denn jetzt? Ich bekomm kein Kerzchen für'm, äh, kein Kerzchen für'm Rigol! Äh, nee, Peter, kriegst du nicht! Und ich muss jetzt auch weitermachen, war sehr nett mit dir zu plaudern, ich sag tschüss! Oh, was war denn das? War das Gesang? Oder doch eher so ein Breitmaul-Frosch nach dem Sprung in die Saftpresse, hm? Man weiß es nicht!